Hallo, wir haben uns hier getroffen vom Vorstand vom Bürgerverein Falkenberg im Dorfpark und wir möchten euch jetzt einen kleinen Film vorführen von unserem Dorf. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Für uns zukunftsorientiert auszurichten, setzen wir unsere Ideen zur Direktvermarktung von Rindfleisch der Rasse Dexter, eines der kleinsten Rinderrassen der Welt, um. Falkenberg ist ein Dorf für Zukunftsideen, die umgesetzt werden sollen. Wir sind hier auf dem Betrieb von Christoph Broth im Falkenberg, der seit einiger Zeit oder seit Frühjahr hier einen Regio Markt hat oder einen Regionalmarkt, wo er regionale Produkte vermarktet, mit hauptsächlich Kartoffeln und Eier und Fleisch und diverse Dinge hier aus der Region. Das ist ein Dich, das ist ein Dich, das ist ein Dich, das ist ein Dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020